Herr Bultmann, Sie haben da einen rostigen Nagel durch die Schulter. Das ist nicht gut. Das kann eine ganz furchtbare Blutvergiftung hervorrufen. Wissen Sie, die Bakterien dringen in die Blutbahn ein, lösen schreckliche Krämpfe aus, das Gesicht... Ach, ich rede jetzt nicht so einen Scheiß. Wir müssen ihm helfen. Warte, warte, warte. Herr Bultmann, Sie brauchen unsere Hilfe, wir brauchen Ihre. Nicht weglaufen. Hier. Unterschreiben Sie da, wo die kleinen Kreuzchen sind.